So, ähm, ja, da war ein kleiner Cut. Ich musste kurz gucken, ob alles vom Ton her passt. Drücken. E drücken. Drücke E. Warte. Zum Wechsel der Spielbrücke. Drücke Tabulator. Tab! Digga, wer schreibt denn bitte Tabulator? Also klar, safe heißt es so komplett, aber... Boah. Wer bist du? Ich bin der Tabulator. Willst du mein Freund sein? Ich bin die, die den Ausgang sucht. Äh, Tab? Sorry, ich muss die Taste immer erst finden. Oh, wie süß! Dann springt ich mal mit ihr erstmal vor. Vogel! Nein, ich komme da nicht hin! Dann wird es Zeit für den Tabulator. Boing! Aha! Ich kann im Schatten... Der Tabulator kann im Schatten... Nee, im Licht gehen. Und sie hier... Für sie brauchen wir auch noch einen Namen. Top! Wir nennen sie Top, okay? Okay? Und Top kann nur im Schatten gehen. Okay, das ist interessant. Bringt mir das was? Okay, ja, schon irgendwie. Wenn ich hier rumgehe... Führe dich. Boing! Boing! Okay! Okay! Vielleicht wieder? Ah, ja, tatsächlich! Äh... Interessant... Oh mein Gott! Warte, das will ich nochmal sehen. Tut mir leid, das muss ich mir kurz anschauen. Wollt ihr sich gerade hinsetzen? Oh, wie süß! Ich warte... Aha, okay. Ja, warte. Jetzt bin ich hier. Kann... Nee. Okay, mit Schnelligkeit funktioniert sie... Ich gehe einfach mal kurz mit ihr weiter und gucke mich mal um. Moment, da war doch noch dieser Vorre. Da war doch noch ein Vogel, oder? Oder irre ich mich? Hier unten. Nee, da war kein Vogel, oder? Habe ich den echt schon eingesammelt? Äh... Ah, nee, aber... Moment mal... Ah, doch! Tatsächlich, ich habe es richtig gemacht. Tatsächlich, einfach nur vorgehe. Wow! Was, wieder ein Kind? Wo ist sie hingegangen? Sie ist über dir, keine Angst. Vielleicht schaffe ich es diesmal raus. Ich würde es dir gönnen. Solange ich folge, ist vielleicht alles in Ordnung. Es ist lange her. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Fass ich eine Freundin an? Ich sollte es dir zeigen. Oh Gott, das wird nix. Es wurde was. Okay, hier bin ich safe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich will es dir zeigen. Zeig dir, was du kannst. Los, folge mir. Wie süß. Hilfe. Nicht mehr so süß. Oh Gott, nein, es bewegt sich. Ein Vogel. Wie komme ich an den Vogel? Ich weiß es. Ich weiß es. Okay, okay. Ich muss das Licht erst kommen lassen. Und dann, wenn es wieder weg geht, verstecke ich mich. Ich kann mich nicht verstecken. Oh nein. Ah, okay, okay. Ich sehe aber schon den Weg. Einfach am Gelände entlang. Komm schon. Oh Gott. Oh. Ich habe es geschafft. Wenn ich hier folge. Konzentriert. Wachsam. Aufmerksam. Komme ich vielleicht raus? Maybe. Okay, das ist jetzt interessant mit dem Vogel. Okay, der Vogel, der wirft auch keinen Schatten. Moment, das Licht. Das interessiert mich jetzt, weil ihr seht da, dass die Schatten verschwinden. Tatsächlich. Okay, das ist interessant. Aha, okay, okay. Ich weiß nicht, ich zum Vogel komme. Hallo, Sam. Gemeinsam? Ja, vielleicht. Manchmal braucht das ein bisschen Teamwork. Ich stelle mich mal hier hin. Seht ihr, sonst wäre ich draufgegangen. Oh Gott. Oh nein. Und hebs. Und hebs. Und hebs. Und hebs. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Schöne Bücher mit wunderbaren Geschichten. Hab schon, du schaust das. Du, um sie mache ich mir tatsächlich eher weniger Sorgen. Okay, doch. Schon so ein bisschen, wenn ich das hier so sehe. Nein, eigentlich doch nicht so wirklich. Und mit ihr. Wie funktioniert das? Ha, interessant. Bücher erzählen. Schöne Geschichten. Ich glaube, lieber Bücher. Ich glaube, lieber Bücher. Ah, ja, ich verstehe. Ich verstehe, was sie meinen. Dann wächst ich mich wieder zu ihr. Hui. Ist mir egal. Ich will spielen. Habe ich irgendwas vergessen? Äh. In Träumen ist alles möglich. Ist mir egal. Ich will Spaß haben. Ah. Okay. Okay, vielleicht gehört das zusammen. Ich weiß es gerade nicht ganz. Äh. Äh. Ich habe Top vergessen. Äh. Ja, doch. Nee. Ich habe Top vergessen. Nur noch ein bisschen. Oh nein. Nein. Nicht schmollt. Ich komme schon in hell für dir. Oh nein. Gib nicht auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte. Was muss ich machen? Ah. Interessant. Wir haben beide kein Plan, was wir tun sollen. Ah nein. Wir versuchen es weiter. Haha. Geil. Interessant. Wenn man Tapspeed ist man... Oh, da steht was. Ist dieser Ort das, was er zu sein scheint? Wie ist er? Keine Ahnung. Was soll er denn sein? Oh Gott. Ah. Okay. 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 Ich verstehe. Dann zu ihr wechseln. Dann... Ein bisschen zurück. Okay. Das ist gut. Das gefällt mir. Das Rätsel. Es scheint vertraut, aber... Weit weg. Es scheint vertraut, aber unwirklich. Interessant. Wie komme ich zu dem Vogel? Wie komme ich zu dem Vogel? Wie komme ich zu dem Vogel? Lustig, ich kann hier hin? Was? Nein! Oh mein Gott, es tut mir leid. Kann ich hier... Ah! Okay, okay, okay. Keine Angst, ich bring dich nicht um. Ah! Haha! Ah! Vielleicht einfach nicht genau nebendran. Nein, das ist egal. Okay, ich verstehe schon. Okay, ich habe es herausgefunden. Ja, der Teddybär ist ein großer, feiner Freund, der auf dich aufpasst. Jeder braucht ein Teddybär. Der Zug bewegt sich nicht mehr mit mir? Ah, okay. Wufti? Wo? Wo ist ein Hund? Ach so, das ist ein Hund! Oh, wie groß. Okay, naja, mit ihr komme ich gerade nicht weiter. Vielleicht muss ich erst... Nee. Hä? Man muss alles ausprobieren, okay? Okay, das ist jetzt interessant. Ah! Box weg! Nee, doch. Aber wie komme ich zur Box? Ah, nee, warte. Kann ich sie halten? Ah, okay, das geht auch. Dann muss ich hier jetzt wahrscheinlich warten auf den Zug. Oder doch nicht? Nein, doch nicht. Jetzt muss ich die Kiste wieder verschieben. Erinnerst du dich? Ja. Manches schon. Aha, jetzt sehen wir uns mal genau gegenüber. Ich muss eine Teetasse auskaufen. Hm, dann gucken wir uns hier erst mal um. So ein bisschen. Und wir können im Prinzip direkt weiter. Ja, dann muss ich mich mal erst mal so die Kiste bewegen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das packe. So packe ich es aber. Moment, kann ich? Ah, tatsächlich. Okay, interessant. Dann wieder zurück. So viele Tassen drücken. Boah. Und die Kiste dann noch wiederholen. Ah, okay. Ist eventuell ein bisschen zu weit. Aber ich packe es easy. Danke. Danke. All diese Dinge sehen anders aus. Kommt drauf an, wie du es weißt. Ups. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Von was redet ihr? Oh Gott, ich brauche wieder einen Zug. Nein? Nein, nichts hat sich verändert. Okay, ich muss wieder Kisten verwenden. Kann ich nichts sequetschen? Nö. Okay, gut. Ja, dann das hier noch so ein bisschen. Ups. Ich fühle mich etwas unsicher. Ach, doch, komm. Ach, komm. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Lass mich überlegen. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Ich muss erst die Kiste wieder verschieben. Was gibt es hier denn so? Uns selbst. Uns selbstständig. Ich fühle mich etwas uns selbstständig. Okay. Ich muss den Zug wieder bewegen, oder? Nein, nein, nein. Oder? Nein, 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 nein. Oder? Nein, nein, nein. Ich muss nicht mehr packen. die habe ich selbst gepflegt du fein gemacht okay ja hier kann ich okay ich muss wahrscheinlich gerade mit ihren und da ist auch schon das ende das heißt ich muss mich noch mal irgendwo müsste was sein okay was muss ich hier tun wie komme ich nach da ha 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 muss ich vielleicht den zug nach hinten aber er bewegt sie also er macht geräusche ich habe irgendwie das gefühl ich brauche den zug für etwas aber ich kann die wirklich durch kass hier muss es doch irgendwo was geben licht schalter drücken irgendwie so rum vielleicht hier rum